Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder Andrea. Schön, dass du heute bei mir vorbeigekommen bist. Letztens habe ich dir diese super einfache Häkelanfänger-Variante meiner Sonnenblume gezeigt und heute zeige ich dir eine Sonnenblume in 3D. Meine heutige Sonnenblume ist durchaus für Anfänger geeignet, aber absoluten Anfängern würde ich jetzt raten zuerst meine Anfängerversion davon zu häkeln. Ich habe diese Blume mit der Häkelnadel Nr. 4 und der zu passende Wolle, eigentlich Wollresten, gehäkelt. Im Video zeige ich das wieder mit einer dickeren Wolle, dann wird das Blümchen aber auch größer. Und alles, was ich jetzt übrigens vergessen habe zu erwähnen, das schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Also hol dir geschwind noch dein Häkelnadel und häkel gleich mit mir mit. Auch heute beginne ich wieder mit meiner super einfachen Variante vom Fadenring. Falls dir das zu schnell geht, ich habe ein ganz ganz ausführliches Video über diese einfache Variante gemacht. Also ich mache mir einfach hier so eine Schlaufe. Da hinein stecke ich meine Häkelnadel und mache nun zwei Luftmaschen. Also eins und eine zweite. Das ist nun mein Fadenring und in diesem Fadenring mache ich nun meine festen Maschen. Ich brauche in der ersten Runde sechs feste Maschen. Also einstechen, Fadenholen und Fadenholen durch beide ziehen, falls du es nicht schon weißt, wie eine feste Masche geht. Diese erste Masche markiere ich mir gleich, denn wir häkeln hier in Spiralrunden. Das schaut besser aus. Also das ist meine erste feste Masche und ich brauche noch fünf weitere. Zwei, drei, vier, fünf und eine letzte Nummer sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Ich schließe den Fadenring, indem ich hinten am Bändchen ziehe. Achtung, dass sich hier sich nicht alles verwurschtelt, also dass das nicht zu einem totalen Chaos wird. In der zweiten Runde häkle ich in jede feste Masche zwei feste Maschen hinein. Also hier in die erste markierte feste Masche zwei, also das ist jetzt die erste. Die markiere ich mir gleich wieder, denn die muss ich hier wieder finden. Und gleich noch einmal eine zweite hinein und in jede weitere dieser Maschen zwei feste Maschen. Dann haben wir am Ende von der Runde zwölf feste Maschen. Denn wenn wir sechs verdoppelt werden, zwölf draus. Gleich habe ich es. Hier noch einmal zwei und da kommt schon meine markierte erste Masche der nächsten Runde. Und alle Fortgeschrittenen werden es schon wissen, was passiert. Jetzt werde ich nur mal jede zweite Masche zunehmen. In der Zwischenzeit fixiere ich mir hier den Fadenring mit einem doppelten Knoten. In der dritten Runde nehme ich wieder sechs Maschen zu. Ich verdopple hier jede zweite. Also hier mache ich meine erste hinein in die nächste Masche. Ich brauche nichts auslassen. Ich markiere mir wieder meine erste Masche. Du kannst auch immer mitzählen. Und gleich in die gleiche Masche mache ich noch einmal eine zweite hinein. Dann in die nächste kommt nur eine Masche hinein. Also in die nächste Masche kommt nur eine feste hinein. In die nächste kommen zwei feste Maschen hinein. Und das machen wir bis zum Ende von dieser Runde. Immer eine feste Masche und dann zwei feste Maschen. Also hier eine feste Masche. Und dann zwei feste Maschen in die nächste Masche. Wir nehmen also auch diese Runde eben wieder sechs Maschen zu. Dann haben wir 18 Maschen. Wenn ich richtig gerechnet habe. Dann wieder eine feste Masche. Dann wieder zwei feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche. Dann wieder zwei feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche. Und dann kommt wieder die erste Masche der Spiralrunde. Jetzt haben wir 18 Maschen. In dieser Runde nehmen wir wieder sechs Maschen zu. Das bedeutet, wir nehmen jede dritte Masche zu. Also wieder in die erste Masche einstechen. Erst eine feste Masche machen. Die markiere ich mir. Und dann gleich noch eine zweite feste Masche hinein machen. Also hier habe ich jetzt eine drin. Mache eine zweite hinein. Und dann zweimal nur eine. Also jetzt einmal nur eine. Und ein zweites Mal nur eine. Dann wieder verdoppeln. Also die nächste wieder zwei. Dann wieder eine, eine, zwei, eine, eine. Wir häkeln hier einfach einen flachen Kreis. Aber nur bis zum Ende dieser Runde. Wenn du mehr über flache Kreise wissen möchtest. Und wie man so etwas häkelt. Dann schau dir mein Video dazu an. Ich habe ja schon eins dazu gemacht. Gleich bin ich am Ende. Noch einmal verdoppeln. Und die zwei Runden ist das Blümchen fertig. Und dann brauchen wir nur mal ein Blättchen zu häkeln. Wenn du es möchtest. Hier noch einmal zwei hinein. Eins und zwei. Und dann eine, eine. Und da kommt ja wieder die erste Masche von der Runde. Wir haben nun 24 Maschen. Diesmal nehmen wir nur vier Maschen zu. Wir werden da oben einmal zunehmen. Da, dann da unten und da. Ich verdopple die erste, dann fünfmal nicht, dann verdopple ich wieder, dann fünfmal nicht, dann verdopple ich wieder und so weiter. Bis wir wieder am Ende sind. Also, ich verdopple nun diese erste Masche. Also, eine hinein. Dann markiere ich es mir ein letztes Mal. Gleich eine zweite hinein. Also, einmal verdoppelt, dann fünfmal nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünfmal nicht. Und jetzt kommen zwei hinein. Also, eins und zwei. Dann wieder fünfmal nicht. Also, fünfmal eine einzelne. Zwei, drei, vier und fünf. Dann verdopple ich wieder, also in die nächste zwei hinein. Eins und zwei. Dann wieder fünf einzelne. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Und wenn du alles richtig gemacht hast, sind da jetzt fünf Maschen übrig. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Ich beende nun das Ganze, indem ich hier in die nächste Masche einsteche und eine Kettmasche mache. Also, hier einstechen, einfach durchziehen, hier durchziehen eben und hier durchziehen. Faden abschneiden, Faden durchziehen und festziehen. Und von diesem Teil brauchen wir zwei Stück. Einmal einen Unterteil in Grün, da habe ich mein Apfelgrün wieder genommen und ein Oberteil in Braun, das ist jetzt zwar eher Schlammbraun, aber eine dunklere Farbe seht ihr hier im Video sehr schlecht. Deswegen habe ich die genommen. Die lege ich eben aufeinander, also die Unterseiten lege ich hier aufeinander und werde die dann in der nächsten Runde zusammen häkeln. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, sind 28 Maschen. Normalerweise würde man hier unten einstechen, das mache ich jetzt nicht. Ich werde hier diese Masche nehmen und die nächste Masche ist diese. Also das kleine Ding, das beachte ich nicht. Wenn du haben möchtest, dass das Braune innen ist, dann schau, dass das Braune jetzt zu dir schaut. Ich lege beide Unterseiten aufeinander. Dann steche ich eben hier ein, wo der Knoten rauskommt, beim grünen. Beim anderen kommt auch hier der Knoten raus, aber das wird meine zweite Masche. Hier nehme ich diese Masche als erstes. Also diese Masche als erstes. Ich bilde mir mit der nächsten Farbe einfach eine Anfangsschlaufe. So, Anfangsschlaufe gebildet. Da hinein stecke ich meine Häkelnnadel. Und nun beginne ich zu häkeln. Im Prinzip mache ich in jeder dieser Maschen ein ganzes Stäbchen, aber alle zwei Maschen lang mache ich noch drei Luftmaschen dazwischen. Also, ich ziehe mir jetzt den Faden durch und dann mache ich gleich drei Luftmaschen als Ersatz für das erste ganze Stäbchen. Eins, zwei und drei. Das ist der Ersatz für das erste Stäbchen. Dann mache ich in die nächste Masche ein weiteres ganzes Stäbchen. Also, ganz normal, ein ganzes Stäbchen mit einem Umschlag. Dann steche ich eben in die nächste Masche ein, so wie ich es dir gezeigt habe. Also, das ist das nächste große Ding, nicht das kleine da. Und hier hinten ist das die Masche, wo der Knoten rauskommt. So, und ein ganzes Stäbchen machen. Also, drei Luftmaschen. Eins, zwei und drei. Und dann wieder ein ganzes Stäbchen in den nächsten zwei Maschen. Das immer eins vorne nehmen und von hinten nehmen. Und so geht es die ganze Runde weiter. Ein ganzes Stäbchen, noch ein ganzes Stäbchen. Die Wolle ist seit letztem Mal nicht besser geworden. Drei Luftmaschen. Und bis zum Schluss immer zwei ganze Stäbchen und dann drei Luftmaschen. Von der gelben Wolle habe ich übrigens keine Banderole mehr. Ich hätte sie ja sehr gern, denn die Wolle würde ich mir nämlich nie wieder kaufen. Die mag ich gar nicht. Also, du siehst, ich mache immer drei Luftmaschen. Und dann ein ganzes Stäbchen, nämlich zwei an der Zahl. Und ich lasse keine einzige Masche aus. Wie du es sehen kannst. So häkeln wir gleichzeitig beide Teile zusammen. Können diese entfäden innen drin verstecken. Am besten vorher vernähen oder Knoten machen, so wie hier. Dann brauchen wir weniger vernähen. Das ist ein kleiner Tipp für Leute, die nicht so gern vernähen. Macht Knoten in den Innenseiten. Dann wieder drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei, zwei ganze Stäbchen. Eins und zwei. Und hier werde ich nun stoppen und wer Füllwatte in meinem Blümchen stecken. Also, dort stoppen, wo ihr gerade noch reinkommt. Und dann füllt ihr euer Blümchen mit Watte. Das ist übrigens keine neue Füllwatte von mir. Die habe ich einfach weiter geschenkt bekommen. Und deswegen verwende ich die Füllwatte. Drei Luftmaschen. Eins, zwei und drei. Und zwei bleiben hier übrig. Also hier noch einmal ein ganzes Stäbchen hinein. Dann hier noch einmal ein ganzes Stäbchen in die letzten zwei Maschen. Dann ein letztes Mal drei Luftmaschen. Eins, zwei und drei. Ich beende die Runde, indem ich hier in die oberste von den drei Luftmaschen einsteche und dann eine Kettmasche mache. Wie finde ich die? Das ist die Masche vom Stäbchen. Hier, du siehst, die Öffnung ist etwas rechts davon. Und die Masche daneben, also hier, das ist die Masche, die ich meine. Nämlich die oberste von den drei Luftmaschen. Und da mache ich eine Kettmasche hin. Ich habe es auf Anhieb geschafft. Das ist mit dieser dicken Nadel nicht so einfach. So. Diese Sonnenblume schaut noch etwas traurig aus, aber keine Sorge. Es kommt noch eine zweite Runde. Und wenn wir uns so anschauen, was wir da haben. Wir haben immer diese zwei Stäbchen und dazwischen sind die Lücken. Zwei Stäbchen, Lücke. Wir sind hier an der oberen Position am ersten Stäbchen. Dann lassen wir das Stäbchen aus und machen in die nächste Lücke vier ganze Stäbchen. Ein doppeltes Stäbchen mit einem Pico drauf. Dann wieder vier ganze Stäbchen. Vier ganze Stäbchen nun in diese Lücke hinein. Also eins, zwei, drei und vier. Jetzt folgt ein doppeltes Stäbchen. Also zwei Umschläge in die Mitte einstechen. Und einmal durch zwei, ein zweites Mal durch zwei und ein drittes Mal durch zwei. Zwei Luftmaschen, das ist das Pico. Aber erst wenn wir es befestigen. Und wo befestigen wir diese eins, zwei Luftmaschen? Nämlich hier. Also ich lasse eben diese eins, zwei Luftmaschen aus und steche hier in die Basis ein. Also durch beide Maschenglieder. Die drängen sich ja fast schon auf, dass ich hier einsteche und eine Kettmasche mache. Wenn du nur ein Maschenglied davon erwischst, ist das auch okay. Das ist nicht ganz so auffällig, wenn du hier einen kleinen Fehler machst. Ein Pico. Dann hat man nämlich so eine nette Spitze. Und dann geht es wieder zurück mit vier ganzen Stäbchen. Bei uns ziehen jetzt die dicken Regenwolken auf. Eins, zwei, drei und vier. Die erste Spitze ist fertig. Dann nütze ich die nächste Lücke, um eine Kettmasche hinein zu machen. Also in die nächste Lücke kommt nur eine Kettmasche hin. Mehr nicht. Jetzt ist die Spitze wieder fixiert. Und das Ganze geht von vorne los. Ich mache in die nächste Lücke vier ganze Stäbchen, ein doppeltes Stäbchen, ein zweier Pico drauf. Dann wieder vier ganze Stäbchen. In die nächste Lücke eine Kettmasche. Wieder vier ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier. Dann ein doppeltes mit zwei Umschlägen. Zwei Luftmaschen. Das fixieren mit einer Kettmasche. Das ist eben ein Pico nennt sich das. Das weißt du sicher schon. Nach diesem Pico wieder vier ganze Stäbchen. Noch einmal in die Lücke. Du siehst, das ist ein einfaches Blümchen. Das ist auch unsere letzte Runde. Drei und vier. Eine Kettmasche da hinein in die Lücke. Und bis zum Schluss eben immer vier ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier. Dann das doppelte Stäbchen mit zwei Umschlägen. Das zweier Pico mit zwei Luftmaschen. Und die machen wir dann fest. Dann noch einmal vier ganze Stäbchen. Und dann noch einmal vier ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei und vier. Eine Kettmasche in die nächste Lücke. Und dann unsere letzte Spitze mit vier ganzen Stäbchen. Eins, zwei, drei und vier. Das doppelte Stäbchen. Dann ein zweier Pico mit Knoten. Also falls du den nicht gesehen hast, hier ist ein Knoten drin. Fixieren. Jetzt möchte es noch einmal vier ganze Stäbchen. Und dann ist diese Runde fertig. Das Blümchen ist fertig. Und hier ist wieder ein Stückchen schlechte Wolle. Also wie gesagt, die Wolle kaufe ich mir nicht mehr. Zum Schluss machen wir hier in die Lücke wieder eine Kettmasche. Und ich schneide den Faden großzügig ab. Ich mache, bevor ich den Faden durchziehe, hier noch einmal eine Kettmasche. Das ist die Masche vom ersten ganzen Stäbchen. Dann sieht der Übergang etwas sauberer aus. Aber du kannst auch schon hier den Faden durchziehen, wenn du möchtest. Also ich gehe da noch einmal rein. Mach eine Kettmasche. So. Und jetzt ziehe ich den Faden durch. Das sieht dann so aus. Ist etwas sauberer. Faden holen und durchziehen. Festziehen. Das Blümchen ist fertig, wenn auch anders als ursprünglich geplant. Wenn du möchtest, kannst du nun eine stecken oder eine Blumendraht oder was auch immer hier in die Mitte hineinstecken. Ich gebe mir vorher etwas Kleber rauf. Die ist noch nicht eingesteckt. Keine Sorge, ich verbrenne mich jetzt nicht. Also hier einfach etwas Kleber rauf. Und jetzt brauche ich nur noch zwei solche Blütenblätter. Die gehen aber wirklich geschwind zu häkeln. Ich mache wieder einen Anfangsknoten. Zehn Luftmaschen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Lasse diese erst aus. Und mache in die Masche daneben eine feste Masche hin. Eine feste Masche. Die kann ich mir, wenn ich es möchte, markieren. Dann finde ich sie spät auch wieder. Dann mache ich sechs halbe Stäbchen. In die nächsten Maschen jeweils ein halbes Stäbchen. Also in die nächsten sechs. Eins. Zwei. Halbe Stäbchen gehen. Übrigens, ich zeige dir das langsam noch einmal. Wenn du das noch nicht weißt. Umschlag. Einstechen. Faden holen. Durch alle drei. Das ist ein halbes Stäbchen. Nummer fünf. Und Nummer sechs. So, der Maschenmarkierer klingt. Dann eine feste Masche. Eine feste Masche. Und in die letzte Masche drei feste Maschen. Die mittlere kannst du dir wieder markieren. Eins. Zwei. Die mittlere markiere ich mir jetzt. Also zwei und drei. Damit ich später dann nicht mehr mitzählen muss. So, jetzt bin ich um die Ecke rum. Dann in die nächste eine feste Masche. Ich gehe in die nächste Masche. Und jetzt kann ich auch den Faden mit einhekeln, wenn ich es möchte. Dann brauche ich ihn nicht mal vernähen. Also eine feste Masche in die nächste Masche. Dann sechsmal ein halbes Stäbchen. Also eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. So, sechs. Wir sind am Ende der Reihe. Und hier, wo die erste Masche eben drin ist. Hier. Da kommen noch einmal zwei feste Maschen hinein. Also hier kommen zwei feste Maschen hin. Eins. Und zwei. Ich gebe mir die Markierung raus und markiere mir die erste von den Zweien. Dann schließe ich die Runde, indem ich eine Kettmasche mache in die erste Masche, die vorhin markiert war. Also hier mache ich eine Kettmasche. Und nun häkle ich alles nur mal feste Maschen. Also eine Luftmasche. Dann in die erste Masche zwei feste Maschen. Eins. Und zwei. Dann. Hier noch einmal zwei feste Maschen. Eins. Und zwei. Bis zur Spitze vor. Also bis zur markierten Masche. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs Maschen. Alles einzelne feste Maschen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und eine sechste. Und hier, ui, ist ja noch eine siebte. Also bis zur markierten Masche. Maschenmarkierer raus, den brauchen wir nicht mehr. Und in die Spitze machen wir drei feste Maschen. Bei der mittleren machen wir so ein kleines Einserbikot drauf. Also hier drei feste Maschen. Die erste. Die zweite. Eine Luftmasche. Und die fixiere ich mir hier wieder mit beiden Bändchen. Bei beiden Bändchen. So ist es richtig. Mit einer Kettmasche. Und eine dritte feste Masche in die Spitze. So. Jetzt ist die Spitze fertig. Feste Maschen bis zur markierten. Sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht feste Maschen. Du siehst hier oben ist eine mehr. Dann ist das Blatt auch nicht so gerade, sondern natürlicher. In die nächste Masche zwei feste Maschen. Eins und zwei. In die nächste Masche zwei feste Maschen. Eins und zwei. Zwei und aus. Denn hier ist die Kettmasche. Das ist keine Masche mehr. In die machen wir nichts mehr hinein. In die Luftmasche hier hinein machen wir auch nichts mehr. Sondern eine Kettmasche oben in die erste Masche. Also hier hinein oben in die erste Masche eine Kettmasche machen. Faden abschneiden. Faden durchziehen. Und festziehen. Mein zweites Blatt ist fertig. Und jetzt können wir das Ganze nun ankleben. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank für dein Feedback. Vielen Dank für dein Superthanks. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Dein Andrea. Dein Andrea.